Hallo und herzlich willkommen liebe Sportfreunde hier in der Arena Schwerin bei den Volleyball-Damen der 1. Bundesliga. Es spielt heute der SSC Schwerin gegen die Rote Raben Wilsbyburg und da erinnern wir uns natürlich auch an die letzte Saison, wo hier vor heimischem Publikum die Roten Raben ihren deutschen Meistertitel perfekt gemacht haben. Der amtierende deutsche Meister gegen den SSC. Wir erwarten ein spannendes Spiel. Schauen wir was dabei rauskommt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute bei dem Spiel SSC Schwerin gegen die Rote Raben Wilsbyburg. Die Rote Rabo... Die Rote Rabo... Die Rote rabo... Die Rote Rabo... ...实tein... Die Rote Rabo... Die Na monsters... Die Hails gegen die Niederungsten sch티zen. Schwerin Mann und ich glaube die Rote Rabo... Die Niederungsten hierbei... ...temsniet preppenato. Die Niederungsten hierbei... Die Niederungsten hierbei vomyerndgangshafte autoren... Der Kieler, hauptsächlich Sie, Jena, Julio, Kameras, go! Und für die Rednis, Frau Weber von Blatt. Jetzt kannst du jetzt noch ein bisschen machen. Der Schmied ist hier. Vielen Dank. 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 Yes. 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 Applaus Schönen! 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 Wir haben gewartet. Wir können uns auf den Leitungs-Pleuten beillainden. Sehr gut! Ziel vonremoما! Und das ist ein Geschenk der Röntgen. Wir stehen jetzt gegen den nächsten Kreis Röntgens. Die Röntgen sind hier auf die Tore. 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 Die Röntgen sind hier auf die Tore.